Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trainspot Fever 2. Wir sind hier noch in Antwerpen. Eigentlich wollten wir oder machen wir in Putbus weiter, aber wenn es so Nachbarstädte sind, dann kann das auch mal in einer anderen Stadt zu kleinen Problemen führen. Oder man muss da ein paar kleine Veränderungen vornehmen. Hier zum Beispiel haben wir sehr sehr viele 30 km H-Straßen muss sehr viele LKWs lang fahren. Das muss beim besten Willen nicht sein. Das ist so das kleinste, was wir jetzt gerade noch eben behoben haben, weil das hier ist einfach überwältigend. Also wir haben das in der letzten Folge sogar noch ausgebaut auf vier Punkte, hatten das sogar noch länger gemacht und hier sind einfach fünf Linien, die sich hier treffen. Das ist nicht ohne, aber es könnte sogar sein, dass ich hier sogar noch was oder das hier sogar noch was weg, oder? Nee, hier kommt nichts mehr weg. Das Rohöl wird ja mittlerweile auch anders transportiert. Hier wird ja nur noch Treibstoff jetzt auf die Stadt verteilt, wenn ich das richtig sehe. Da ist aber die Frage, ob ein Punkt überhaupt reicht. Oh ne, hier unten ist ja... Okay, wir haben sogar Treibstoff 3. Okay, alles gut. Und wo ist Treibstoff 2? Das ist Treibstoff... Okay, vielleicht machen wir doch noch mal eine Antwerpen-Folge. Vielleicht weil ich auch hier sehe, dass die Fahrzeuge einfach nicht hinterher kommen. Aber so gar nicht. Hier ist echt was... Also hier ist auch was los in Antwerpen. Also die Antwerpen ist echt... In unserem Spiel eine große Industriestadt. Eigentlich haben die ja auch sehr viel mit Wasser zu tun. Die haben ja auch einen großen Hafen und allem... Tipapo, was dann halt dazugehört mit den Kanälen und so. Und ja, da sieht es bei uns ein bisschen anders aus als in der Realität. Aber, dass hier viel passiert... Ja, das können wir hier auch verzeichnen. Gut, wo wir jetzt... Oder was ich jetzt eigentlich... Wo ich eigentlich dran arbeiten wollte. Und zwar, wir haben ja hier... Öl. Rohöl. Das liefern wir... Hier ist dem Abzweck. Was mittlerweile sogar falsch ist. Das heißt, wir machen schon mal Linie verwalten, denn... Statt dem Abzweck... Oh, wir haben neue... Neue Gütertrams. Das ist natürlich auch geil. Würde ich aber gerne weg machen. Danke. Haltestelle hinzufügen. Denn wir fahren nämlich jetzt hier das Ganze an. Hier in das zu bringen, das hat keinen Sinn mehr. Obwohl könnten wir sogar auch machen. Aber... Ja... Wie sieht es eigentlich stau-technisch aus? Ich kann jetzt hier genau durch die Mitte durch. Naja, dafür haben wir ja diese Strecke hier unten gemacht. Habe ich da schon ein Signal hingesetzt? Nein. Oh, okay. Soviel zum Thema Stau. Der Stau ist immer noch da. Also das Roel, was wir da oben in Putbus haben, das wird am Ende in Anwerpen weiterverarbeitet. Und jetzt geht es halt darum, das Ganze da hinzubekommen. So... Machen wir erstmal so und... So, wie sieht die Linie jetzt aus? Haben wir noch eine blaue Linie, die hier lang führt? Deswegen sieht das gerade für mich so verwirrend aus. Linie mal... Machen wir mal... Was haben wir denn hier? Nicht rot. Rot fällt auf. Okay, das ist fast perfekt. Wir brauchen aber hier nochmal Wegpunkte. Zwei Stück. Wir wollen das echt aus jedem Getümmel raushalten, die Strecke. Das heißt, von hier geht es dann sogar erstmal noch hier hin. Wir biegen zwei R ab und nach dem geht es dann hier hin. So. Dann haben wir die Geschichte. Die transportieren jetzt nichts, weil sie nicht wissen wohin. Hier können wir 400 wegholen. Okay, dann machen wir das später. Gucken wir jetzt erstmal, dass die überhaupt was wegholen. Wir haben ja eine Linie schon gemacht. Das war noch vor meiner Pause. Die führt hier über die beiden Gütergleise. Wie sie es auch soll. Weiter, 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 weiter. Hier rum. Hier in... Die Geschichte. Ja, okay. Perfekt. Ja, gut. Das ist jetzt nicht perfekt. Eigentlich mehr hier wäre perfekt, dass man sich nicht gegenseitig aufhält. Das heißt, wir bringen 400 Rohöl da runter. Ich habe gerne mal gewusst, wie viel hast du so transportiert. Die ist immer noch bei 90. Dann würde ich glaube ich denselben Zug mehr oder weniger pieren wollen. Und einmal dann mit Kesselwagen versehen. Bei sechs Waggons ist auch die Meter Anzahl bei weitem uninteressant. Wir sind jetzt gerade mal bei 120 Metern von 320. Also alles vollkommen im Rahmen. Und nur gucken, dass wir jetzt noch unsere Linie treffen. So, jetzt dürfte auch wieder produziert werden. Ich würde meine Hand fast ins Feuer legen dafür, dass die Fahrzeuge zu alt sind auf 4 lang fahren. Deswegen können wir die erst... Ist das jetzt... Ja, okay. Müssen wir jetzt damit leben, dass wir da nur eine hinbekommen haben. Ja, die sind definitiv zu alt. Und da haben wir jetzt auch die gefunden. Die sind natürlich richtig nice. Da könnten auch drei reichen schon. Du hast halt nur eine ganze Menge. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum wir so minus sind. Weil die neuen LKWs einfach so teuer sind. Das heißt, die fahren jetzt alle hier unten her und liefern hier Rohöl an. Für die Geschichte. Oh, ich habe sogar in der letzten Folge einen kleinen Gedanken wieder gemacht. Ich wollte ja Rohöl hier noch hinbringen wegen Versorgung. Aber das ist ja uninteressant. Oder ist ja egal, weil wir ja Baumaterialien brauchen. Okay, dann muss ich da vielleicht nochmal mir die LKWs angucken. Äh, ne. Ich wollte mir die LKWs angucken. Nicht die Linie. Vielleicht war ich dazu vorheilig. Ja, wir können sogar Baumaterialien machen. Das heißt, da könnten wir sogar noch ein, zwei LKWs mehr dann auf die Linien packen. Gut, Rohöl führt darüber. Das ist schon mal in Ordnung. Aber eine Linie hat mir hier auch noch nicht gefallen. Und zwar die blaue Linie. Die kann auch hier unten rum fahren. Jetzt Versorgung zwei. Ich will natürlich auch genau durch die Stadtmitte durch. Emissionen und Zeit und alles, ne. Muss nicht sein. Da will ich jetzt mal wirklich auf Linie verwalten. Heißt, wir fahren von eins hier hin und von drei oben hin. Und ja gut, wenn wir hier kurz durchs Industriegebiet fahren, das sollte jetzt nicht so viel ausmachen. Oder? Nö, die Straßen sind leer. Dann haben wir das auch. Wir müssten jetzt eigentlich nur noch, was ist denn hier das lila, ne? Bau mal LKW eins. Sehr gut, das kommt ja dann auch noch weg. Das ist jetzt die nächste Baustelle. Und ich glaube sogar die letzte dann hier in Putbus. Und zwar haben wir hier ja auch Baumaterialien, die wir selber sogar dann für die Stadt hier herstellen. Da würde ich mich einmal... Ne, glaube ich mal hier schon mal weg, das... Achso, ne, kann ich noch gar nicht. Okay, wir müssen erst mal uns um die, um die Andifrunk der Steine kümmern. Beziehungsweise es gibt ja schon eine Andifrunk. Und das funktioniert über Güterkrams. Hier haben wir die, in Oberrheinbach haben wir hier die Station dafür. Das klingt gerade irgendwie... Irgendwie macht das gerade einen verblockenden Eindruck, hier einen Bahnhof zu platzieren, hier dran zu fahren. Wir haben ja jetzt diese Kurve ja schon so schön gemacht. Und da sind wir da. Aber dann ist, glaube ich, das Problem, dass wir hier nicht wieder zurückkommen. Aber das ist auch kein großes Problem. Also jetzt könnte das Signal gerade stören, aber wir könnten rein theoretisch... Jetzt fahren wir sogar noch um das Signal herum, was natürlich noch besser ist. Wir gehen dann einfach hier hin. Und haben dann jetzt da auch nochmal eine Linie mehr. Ja, dann müssen wir das hier vielleicht einmal umbauen. Dann würde ich sagen, pausieren wir doch einmal ganz kurz. Dann können wir nämlich einmal... Klar, Schiff machen. Wir fahren auch noch richtig viele Autos lang. Dann müssen wir auch unser Megaprojekt mit den... ...den... ...mit der... ...mit dem... ...ja, mit dem Vieh-Eck ungefähr, also... ...oder? Aber was hatte ich da gesagt? Also wir fahren ja so mit den Zügen am Ende. Wir fahren so hier rüber. Dann... ...so... ...und noch hier nach Rheinbach-Antwerpen. Aber da stehen ja auch noch viele Linien... ...auf der Agenda, die noch nicht fertig sind. Hier möchte ich jetzt einmal... ...obenrum fahren. Weil es sieht glaube ich etwas besser aus. Auch... ...weil jetzt mal die Straße attraktiver. Dadurch, dass ich die aufbaue. Das ist jetzt auch nicht ganz so mein Ziel eigentlich gerade. Aber gut, hier habe ich jetzt nochmal ausgewählt. Bleiben wir jetzt mal eben dabei. Kommt alles, alles weg. Mach jetzt mal aus... ...ja, also aus Spaß beziehungsweise... ...das ist jetzt wirklich... ... eigentlich ohne große Bedeutung. Das wäre jetzt so für die Mitarbeiter, dass sie jetzt zur Arbeit kommen. Kommt hier nochmal ein... ...kleiner... ...weg hin. Und jetzt fehlt uns dann... ...der Güterbahnhof, der... ...920 Meter lang sein soll. Obergleis... ...öh... ...Oberleitung, ja... ...Hochgeschwindigkeitsgleise... ...oder gesagt, hier jetzt ein Gleis. Und... ...einmal hier dran. Dann passt das hier auch ungefähr. Dann gehen wir... ...hier dran. Oh, der Wald bleibt sogar bestehen. Das ist cool. Dass wir da mit einer Brücke... ...unterher fahren können. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Oh, jetzt haben wir hier natürlich die beiden Industriezüge direkt hintereinander. Das ist natürlich nicht so geil für den Anfang. Aber gut, das können wir gerade nicht... ...vermeiden. Da... ...Fahrzeuge verwalten. Zack, zack. Fahren wir das auch schon mal weg. Die Straße könnten wir gleich sogar... ...umändern und vielleicht sogar das Elektrische wegmachen. Ich würde jetzt aber vorher einmal sagen, wir fahren auch hier hin. Dass der Zug die Linie findet. Fährt dann hier hin und dann haben wir... ...Gut... ...Nähe, Güterzug natürlich. Gut, wo es... ...Stein. Das heißt, innerhalb von zwei Folgen haben wir jetzt... ...kriegen wir jetzt so langsam diese... ...Straße hier voll oder diese... ...diese beiden Gleise. So, und Steine... ...können wir einmal gucken, dass wir da wirklich mal eine Mod benutzen. Nur die Frage, ob das reicht, wenn wir einmal Steine anliefern. Die finde ich ganz cool. Mal gucken. Haben wir da auch, wie bei den anderen, die wir jetzt so gemacht haben... ...knapp über 100 kommen? Okay, hier haben wir auch... Doch, 108 haben wir auch. Nur da haben wir dann 6 Waggons für benutzt. Jetzt ist die Frage, kriegt das auch unsere... ...diese Lok hin, die da die ganze Zeit im Einsatz ist? Ne, nicht so ganz. 1800 scheint ein bisschen wenig zu sein. Wie schnell fährst du? Du fährst 140. Also, du bist aber... ...durch die auch 120 begrenzt. Ja, dann wäre eigentlich gut, wenn wir auch eine mit 120 finden. Hier die China. Die ist auch nicht ganz so... ...teurer von der... ...oder hat nicht ganz so viel mehr Leistung. Deswegen dürfte die auch nicht exponentiell viel teurer sein. Deswegen... ...ja, das gefällt mir ganz gut. 120 kmh. 17 Millionen ist natürlich nur erstmal wieder... ...eine ganze Menge Geld. So langsam mal gucken, dass wir nicht jede Folge... ...so viel kaufen, wie ich das jetzt gerade mache. Weil so geht das Geld natürlich auch ganz gut weg. Perfekt, das funktioniert. Bist du auch auf der Linie? Was haben wir jetzt hier noch? Putbus Stein. Ja, besteht jetzt gerade nur noch aus einer... ...aus einer Linie... ...oder aus einem Haltepunkt. Deswegen machen wir das weg. Dann können wir jetzt sogar... ...play drücken. Und... ...ja, das Ganze kommt natürlich jetzt eigentlich... ...oder müsste jetzt eigentlich auch weg. Müsste eigentlich jetzt... Moment, wir machen die Linie hier mal weg. Ich muss erstmal immer die Fahrzeuge runter machen. Sonst... ...kann ich es nicht... ...löschen, glaube ich. Machen wir mal einmal. So, kann der Fahrer in Rente gehen. Obwohl 70 Jahre. Aber ich glaube, das ist schon zweiter... ...nur dann Fahrer der zweiten Generation. ...Mission. Putbus Werkzeuge... ...Mission. Ach, Baumer ist das. Oh, was wollte ich denn gerade löschen? Was war denn jetzt Werkzeuge nochmal? Putbus Werkzeuge. Da muss ich gleich einmal kurz gucken. Du bringst... Ne, du holst ab. Und du hast aber noch nichts da. Vielleicht auch nochmal kurz gucken. So. Hier brauchen wir natürlich jetzt mehr Fahrzeuge auf der Linie. Weil wir ja jetzt Baumaterialien am Ende und... ...oder zumindest auf der Linie brauchen wir mehr. Ja, da liegen halt jetzt 90 und 100... ...äh, äh, 11. Für den ganz großen... ...für die ganz großen Fahrzeuge lohnt sich es noch nicht. Obwohl, wir können ja mal zwei von denen und... Ach ne, jetzt ersetze ich gerade. Ich hatte gesagt, machen wir mal zwei von denen und zwei von denen. Und die gucken einfach, wie sie es wegnehmen. Überlassen wir das denen. Ja, irgendwann müsste aber gleich dann doch einer mal den erst... ...das erste Mal Rohöl da hinbringen. Sonst... ...lohnt sich die Linie irgendwann nicht mehr. Und unser Stau wird sogar wieder länger. Diese Kreuzung habe ich schon so häufig weggemacht. Die Stadt braucht die immer wieder dahin. Kann ich da nicht einfach mal was... Was kann man da jetzt hinbauen, dass die Stadt das nicht weg macht? Ich jetzt einfach Steine hinsetze? So, hier soll nichts hin. Das hat der Spieler gesetzt. Das soll da bleiben, dass das Spiel das vielleicht nicht löscht. Gut, jetzt kommt da vielleicht auch kein Haus hin oder so. Aber... Das macht, glaube ich, schon einen Unterschied aus. Aber jetzt hat die Frage, woher kommen die ganzen Autofahrer? Ist das alles von dieser Strecke hier? Ja... Ah, gerade ging's. Kurz. Also, jetzt machen wir das auch nochmal neu. Ein großer Aufwand. Achso, wir haben hier sogar falsche Straßen gemacht. Wir haben die... ...hierspurigen Straßen aus der Stadt genommen. Okay, machen wir's einmal neu. Wollt ihr dann auch... Eigentlich soll das ja genauso passen. Guck mal... Wir müssen sind etwas... ...größere Platte da hinmachen, ne? Wollen sie doch nicht? Okay, da sieht auf jeden Fall gut aus, da wir... ...nicht die Schiene treffen. Lassen wir's einfach so. Wir fahren jetzt wirklich auch nur Autos lang. Deswegen kann das auch so bleiben. So, du hast jetzt sogar mal den letzten Waggon gefüllt. Das ist gut. Und du... Wenn ich jetzt drehe, macht das keinen Sinn. Wohl doch könnte ein bisschen Sinn machen. Weil du ja wieder hier rum zurückfährst. Und Steine haben wir auch schon die ersten. Und dann bringen wir das dann. Perfekt. Dann sieht Putbus eigentlich gut aus. Aber das Stauproblem ist immer noch... ...ein Thema. Also... Wir hatten zwei Probleme, was Stauen geht. ...einmal den von Putbus raus aus der Stadt. Das sieht okay aus. Da haben wir jetzt hier diese eine Straße... Ah, jetzt haben sie hier auch ein Gebäude hingesetzt. Warte mal, wer hat ein Putbus fährt? Haben wir da nicht schon eine Linie? Ah, da fährt kein Zug. Ah, okay. Das könnte einiges erklären. Wie weit sind wir denn da gekommen? Moment. Da haben wir einen Gleiswechsel, der nicht vorgesehen ist. Ja, da haben wir einen Gleiswechsel, der nicht vorgesehen ist. Aber das müssten wir beheben können, indem wir einfach hier einen Wegpunkt hinsetzen. Das heißt, wenn du von Antwerpen kommst... Das heißt, wenn du von Antwerpen kommst... Ah, ne. Signal kann ich nicht machen. Müsstest du dann einmal so fahren. Ja gut, wenn du es von alleine nicht möchtest. Dann halt so. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Fahrzeuge bräuchten wir da? Beziehungsweise... Ist ja eine... Ist es als S-Bahn deklariert? Ne, habe ich noch nicht mal sogar. Die Leute sind auf der Strecke 88. Das ist natürlich auch nicht wenig. Da könnten wir wirklich dann einen Zug nehmen mit 88 Kapazität. Gut, wir haben jetzt beide Richtungen hin und zurück. Aber wir wollen ja die Leute von der Straße wegbekommen. Ja, wir fahren ja einmal einen Umweg. Deswegen sollten wir auf die Geschwindigkeit achten. Dass wir da auch noch einen Schnelligkeitsvorteil haben. Im Gegensatz zu den Autos. Ja, müssen wir mal gucken. Also so 120 mindestens. Aber da würde ich jetzt erstmal nach den Waggonen... Oder haben wir vielleicht einen guten Triebwagen, den elektrischen. Der schon sagt, ja hier... 88 Kapazität... 193. Metroleiner. Habe ich glaube ich noch nie gehabt. Das ist nur 78. Aber fährt halt 200. DGW, ne. Was haben wir hier? 99 mit 130 kmh. Ja. Den Pendelzug. Ja, den hatten wir schon mal. Irgendwo in der ersten Staffel glaube ich auch ziemlich am Anfang. Hat auf jeden Fall die Kapazität. Aber ich glaube... 3 Millionen im Jahr. Zu 3... Achso. 3,8. Zu 3,2. Ja, ich glaube ich würde erstmal mit Geld sparen. Dann doch. Dann machen wir doch den. Ah, das könnte schon sogar jetzt das Problem lösen mit den Autos. Müssen wir mal gucken. Sonst müssen wir hier die Strecke eigentlich schon haben. Und was ich gerade gesehen habe, wir haben noch ein viel, viel größeres Problem. Und zwar stehen hier 500 Personen rum. Bei der... So viele wollen... Das ist eine S-Bahn. Wir stehen hier. Genau so. Wir haben 1000 Personen warten für... 20 Kapazität. Ja gut, da sage ich mal lieber nicht zu. Aber müssten wir so einen Zug machen. Oder vielleicht sogar noch einen... Einen eigenen. Was haben wir denn da alles so... Ja, also 4 kmh macht da nicht viel Sinn. Wir haben ein paar Kurven und und und. Den... Er hat... Er hat... Er hat gar keine Emission... Er hat gar keine Kapazität. Okay. Ich würde gerade sagen... Wo passen denn da Leute hin? Aber... Jetzt habe ich mich verguckt. Was haben wir denn... Haben wir irgendwas Doppelstockmäßiges? Ja, hier. Oder wir nehmen die hier. Aber die sind... Auch richtig teuer. Und wir brauchen... Die sind teuer. Und wir brauchen noch die Lokomotive davor, oder? Das sind jetzt... Bei... 62... Beziehungsweise... 58... 2 Millionen... Und 4... Okay. Aber hier haben wir... 31... Achso. Hier haben wir auch 31... 32... Also 2... 7 im Schnitt... Und... 450. Sind die hier oben sogar noch besser. So... Würde ich doch die einfach mal bauen. Ich hoffe mal wir gehen... Ich mache uns jetzt nicht wirklich pleite. So... Und davor jetzt eine schöne Lokomotive. Und wie schnell wolltet ihr fahren? 140. Wollen wir das noch mit Diesel hin? Momentan haben wir doch den hier. Du musst ja nicht viel transportieren. Oder viel ziehen. 17 Millionen pro Fahrzeug. Und davon jetzt 2. Gucken mal wer das wird. Wir sind jetzt... Wir haben richtig Geld ausgegeben in letzter Zeit. Und die Einnahmen bei der Eisenbahn sind... Oh, die sind aber auch gut eingebrochen. Und 16 Millionen auf 5? Was haben wir denn da gemacht? Ok, 97 ist vieles eingebrochen. Von der Straße 8 Millionen auf 4. 2,9 Millionen auf 800.000. Ok, das müssten... Wird irgendwas mit Betriebskosten zusammen... Zu tun haben. Ja, dann haben wir hier auch mal viele Leute, die jetzt von A nach B kommen. Aber das wird jetzt eine etwas längere Geschichte. Mit den beiden Zügen. Also jetzt einen Zug machen, der auf einmal alles wegholt. Macht keinen Sinn, weil danach macht er Minus. Deswegen müssen wir das da peu a peu machen. Hier können wir jetzt mal gucken, ob sich das auszahlt. Weil dann... Ist das schon mal gut. Der lädt jetzt auf und ist 1,2 Millionen im Plus. Und wenn er jetzt sogar noch voll ist, was er jetzt auch getan hat, ist das noch besser. Warten auf Freie Wege. Ok, da können wir natürlich jetzt ein bisschen nachhelfen. Da habe ich hier ein Signal vergessen. Ist das schon mal... Ja, jetzt kann er sogar durchfahren. Ja, und was jetzt noch weg muss, ist hier unsere Ferntram. Dadurch haben wir jetzt die... Richtigen Fahrzeuge. Ne, die müssen wir hier rüber weg machen. Haben wir hier Antwerpen, Putbus ist... Ach, das ist der Zug. Ok. Das heißt, wir haben jetzt sogar auf unsere vierspurige Straße innerhalb von zwei Folgen vier Linien bekommen. Das ist ja mal gar nicht so verkehrt. Was jetzt hier in Putbus noch fehlt. Gut, dass wir noch fünf Minuten haben. Ich wusste nicht, dass wir noch so viel übrig gelassen haben hier in Putbus. Ist unser Nahverkehr. Den haben wir noch. Also da müssen wir hier oben nochmal irgendwie was hin machen. Da haben wir unten zwar was stehen, aber hier oben kommt keiner hin gerade. Und wenn wir da einen Zug haben, der mit 99 Passagieren im Optimum fahren soll... Machen wir mal, ich weiß nicht, hier haben wir ein paar Berge. Vielleicht machen wir hier doch nochmal Trams raus oder so. Ich finde Trams sehen halt auch teilweise echt gut aus. Deswegen lasse ich mir da schon mal die Option offen. Oder müssen wir hier das Netz sogar nochmal neu machen. Das Netz sieht... Könnte auch veraltet sein. Ich würde sagen, wir machen es einmal nochmal neu. Oder wenn wir jetzt das eh nochmal machen... Wie alt sind die Fahrzeuge? Daran werde ich es ja erkennen. 70 Jahre, okay. Wir machen es neu. Das heißt, wir machen jetzt alle Halte... Erstmal löschen wir die Linien beide. Und machen jetzt nochmal zu guter Letzt... Einfach alles neu, was den Nahverkehr hier betrifft. So, zack, zack. Das heißt... Gut, dass wir hier hinten so viel am Dienst da rum operiert haben, dass sie die Busse da vernünftig fahren. Jetzt mal... In die ganze Stadt löschen. Okay, das ist natürlich nicht mein Ziel. 65.000 würde es kosten, wenn wir die ganze Stadt löschen würden. Ah, jetzt sehen wir auch mal, wie weit sich die Stadt entwickeln könnte, glaube ich. Dass sie da oben... Hier schon am Maximum ist. Wir sehen ja ungefähr dann so den Kreis, wie weit die Stadt ragt. Hier ist auf jeden Fall dann noch ordentlich Luft. Aber bevor ich mich jetzt verklicke, machen wir das lieber mal weg. Und jetzt können wir halt dann auch gucken, ob wir da noch was mit Trams machen. Überziehen wir heute mal wieder ein bisschen... Alles beim Alten, würde ich sagen. Ja, hier fahren wir runter, ne? Hier fahren wir auf jeden Fall... Schön Richtung der Hauptstraße. Ja, hier können wir ruhig bleiben. Wir können halt wirklich eine Linie machen, die einfach nur hier durchführt. Durch die Stadt. So, dann fahren wir da lang. Ja, jetzt könnten wir gleich wieder das Problem bekommen mit, dass die nicht hier hochfahren wollen, wenn ich sage, die sollen da hoch. Wenn es überhaupt geht. Okay, so wird es gehen. Also, oder wir kriegen halt keine... Wir müssen halt einmal hier unten rumfahren. Aber ich glaube, ich würde schon gerne im Kreis fahren wollen. Da nicht so... Äh... Ja, einfach... Ich glaube, das könnte... Ist eigentlich, glaube ich, echt ein bisschen schöner. Es ist halt nur die Frage, ob sie es hinbekommen am Ende des Tages. Müssen wir mal gucken. Sonst hat er jetzt hier noch die Möglichkeit, hier unten rumzufahren. Und jetzt würde ich sagen... Schützen wir ein bisschen die Anwohner. Und sagen, wir fahren hier unten lang. Und fahren hier rum zurück. Also, das ist jetzt zwei Linien in beide Richtungen. Und dann von hier unten... Ja, würde ich auch mal hier unten noch eine hinmachen. Jetzt muss ich aber gucken, wo der Stau ungefähr ist. Dass ich da nicht... Jetzt hat er schon wieder hier den Weg gemacht. Jetzt hat er meine Steine weggemacht. Und sogar das Gebäude. Also, wenn ihr wisst, wie man das, ähm... Ja, wie man in der Stadt sagen kann, nein, da bitte nicht bauen, sagt mir das gerne. Dann fahren wir da rum. Ich kann ruhig hier unten rum fahren. Kein Problem mit. Dann würde ich jetzt aber wieder hochfahren auf diese Straße hier. Weil der Stau ist eine Straße weiter unten. Hier habe ich sogar noch was gelassen. Okay, dann fahren wir halt so zurück. Dann haben wir jetzt auch ein paar mehr Linien. Müssen wir dann nur einmal gleich auch alles ausbauen auf Tramstraßen. Ah, jetzt dreht er halt da. Gut, da... Das habe ich ja schon vorher gesehen. Ich glaube vor... Ja, vorher hatten wir zwei Linien. Das heißt, wir haben jetzt sogar dann auch vier. Ist vielleicht auch ein bisschen besser für die Stadt. Das soll jetzt kein Problem werden. Können wir ruhig hier über den Nebengleis nochmal zurück. Einmal hier unten her. Das wird jetzt auch kein Problem werden. Und... Oh, hatten wir jetzt gerade nicht nur neun bei der anderen. Gut, wo ist 0,4? Was habe ich denn da vergessen? Ach! Der ist doch gleich... äh... Unseren Start. Wie habe ich denn hier? Ah, neun und neun. Okay, das funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, dass ich den Ausbau selber mache und ich gucke jetzt noch mal mit euch zusammen, welche Trams wir denn benutzen, falls das überhaupt geht. Also ich bin ja auch ein Teil meines Lebens in Bochum aufgewachsen. Deswegen habe ich die Mod auch drin. auch mal in Bochum im Stadion. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir einfach mal davon welche rumfahren lassen. Und ich nehme gerade samstags auf. Bochum führt auch gerade 2-1. Deswegen wird das vielleicht auch ganz gut passen. Aber ich würde sagen, wir machen nicht nur Bochum. Ich würde sagen, dann machen wir auf... Ich suche mal hieraus was aus. Also hieraus nehme ich dann vier Stück. Also für jede Linie eine. Das sollte ja reichen mit 43 Kapazität. Sonst wäre das glaube ich auch zu viel. Hieraus suche ich mir vier Stück aus. Einmal Bochum. Also VfL Bochum. Und ja, ich denke mal den normalen. Dann hier die anderen beiden, um keine Werbung zu machen. Irgendwie sowas. Ich glaube, die vier würde ich dann nehmen wollen. Aber da würde ich jetzt eure Zeit nicht weiter für den Anspruch nehmen. Weil ich will erst einmal gucken, dass ich hier den Weg hinbekomme. Und dann müssen ja erst noch die Straßen ausgebaut werden. Deswegen das mache ich dann jetzt ganz in Ruhe. Ich bedanke mich aber schon mal fürs Zusehen. Das heißt, wir sind mit Putbus dann fertig. Wenn ich gleich damit fertig bin. Und dann bin ich mal gespannt, was wir nächste Woche machen. Ich weiß es jetzt gerade noch nicht. Deswegen, ihr könnt auch gerne noch Vorschläge machen, falls ihr noch was im Kopf habt. Ich würde nur zusehen wollen, dass wir mal wieder ein bisschen Geld einnehmen. Vielleicht auch einmal gucken, wie die ganzen Linien so sind. Wir hatten halt mit Putbus angefangen vor der Pause. Deswegen wollte ich das jetzt nach der Pause erstmal zu Ende bringen. Vielleicht machen wir auch nochmal ein bisschen. Gucken wir uns nochmal die Sachen an. Vielleicht läuft ja einiges gerade nicht, weswegen wir so wenig Geld machen. Aber ich würde sagen, das kontrollieren wir dann. Oder machen wir uns dann am Dienstag darüber Gedanken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis Dienstag. Ciao.